Das Paar 04 ist jetzt mal dran, der ehemalige Skisprungtrainer Alexander Pointner und Manuela Stöckel. Auch der Alexander hat völlig freie Hand gehabt, zu welchem Song er tanzen will. Da hatte er sehr schnell eine Idee, sogar sehr schnell eine sehr schnelle Idee, eine sehr, sehr schnelle Idee. Und da war dann auch sehr schnell klar, dass es keine besonders gute Idee war. Ist aber nicht ganz ausgeschlafen? Ja, ich habe gestern Sendung gehabt auf Nacht. Das Motto dieser Woche ist Match Moment. Und der Alex hat sich ausgesucht, Don't Stop Me Now von Queen. Und zwar, bevor er wusste, dass dieses Lied ein Scheif ist. Bist du teppert, bin ich so koordinative Wildsau, oder was? Also so viel geschwitzt, habe ich schon lange nicht mehr. Gerade aufgestanden und schon wieder Fetzen aus. Okay, gut. Als Skispringer habe ich bei Weitem nie so viel trainiert. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel trainiert. Das ist nicht ohne. Erste Stunde hast du schon überstanden heute. Wir sprechen mal ganz kurz über den Magic Moment. Mein Magic Moment in meiner Trainerkarriere war eigentlich ganz am Anfang. Ich war noch ein junger Trainer bei den Olympischen Spielen in Turin. Das war 2006. Das war mein zweites Jahr als Cheftrainer. Beim ersten Springen haben wir eigentlich total den Nebengriff und kaum Medaille gemacht. Da war mir schlecht, da war mir wirklich schlecht. Und da wäre eigentlich meine Trainerkarriere schon fast vorbei gewesen, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Presse und auch die Verbandsspitze hat niemand an mich glaubt. Nach dem ersten Wochenende hätte man auch erstarren können. Aber es hat einen Menschen dort gegeben. Das war der Doni Innauer. Der war damals Sportdirektor. Der Doni hat mir da so die Sicherheit gegeben und wir sind wirklich gewachsen. Das Ganze ist gut ausgegangen. Wir haben Gold und Silber dann gewonnen. Morgenstern vor Kofler. Und zwei Tage später haben wir das Ganze dann noch gegrönt und sein Olympiasieger in der Mannschaft geworden. Das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ich nicht so einen Menschen wie den Doni als Mentor bei der Seite gehabt hätte. Eigentlich müssen wir einen Spaß haben und ein bisschen ins Turmen kämpfen jetzt. Ja, Alex, es ist ja normal, dass man vor großen Aufgaben und wenn es einmal eine Zeit lang auch schwierig ist, ein bisschen zittert. Und an das solltest du beim Tanzen auch denken. Genieße es, auch wenn der Ausgang auch nicht total zu kontrollieren ist. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world will turn it inside out. And throw it around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. Cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a shooting star, moving through the sky. Like a tiger, you're buying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by. Like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees. I'm starting call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic world on our view. Don't stop me. Don't stop me. Don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me. Don't stop me. Don't stop me now. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Alexander Pointner und Manuela Stöckel zu Don't Stop Me Now. 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 Wow. Alex. Der uneerliche Sohn von Freddie Mercury und Wunder Sackbauer. Danke. Das steht dir. Also, danke sagen wir. A, Queen, einer meiner Lieblingsbands. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass der Song kommt. Wenn man dir vor einer Woche schon gesagt hätte, dass der Song aber ein Scheif ist, was hättest du dann gemacht? Dann hätte ich wahrscheinlich was anderes genommen. So wie vielleicht da am Anfang von der Sendung, wo wir Schleicher getanzt haben. Da ist alles ein bisschen langsamer. Aber ich muss sagen, die Woche hat mir schon Spaß gemacht, weil ich habe noch nie in meinem Leben so viel trainiert, so viel geschwitzt. Und ja, es war eigentlich eine coole Geschichte. Und dann natürlich auch nochmal, also mit dabei der Doni Innauer so ein bisschen, der dich unterstützt hat, dein Mentor. Wobei damals, ich habe immer das Gefühl, es ist einem gar nicht bewusst in dem Moment, dass das vielleicht dein Mentor ist. Wenn man zurückschaut, dann ist es ganz klar. Wie war das bei dir damals? Hast du gewusst, das wird eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen, der Doni? Das habe ich eigentlich immer gewusst. Ich meine, ich war echt ein schwieriger Brocken, wo ich noch ein Athlet war. Der Doni war mein Trainer. Das heißt aber nicht, dass der Doni ein schlechter Trainer war. Aber irgendwie ist er mir zerbrochen. Also ganz an die Spitze habe ich es nie geschafft. So zwischen 10 und 15 im Weltcup. Und ich habe mir immer gedacht, ja, einen Schritt noch. Und dann bin ich auch da ganz oben am Stock. Aber meistens, oder es sind eigentlich immer noch drei, vier Schritte, bis man ganz oben ist. Und der Doni war mein Mentor dann, weil er gewusst hat, ja, mit den Voraussetzungen und mit der Energie, dass ich jetzt was erreichen will als Trainer. Und da ist er hinter mir gestanden. Und wo ich schon eigentlich am Boden gelegen bin, hat er mir noch einmal bewusst gemacht, was ich eigentlich kann. Und dann haben wir zugeschlagen in Turin. Ja, ich bin fasziniert von diesem Pornobalken. Da ist der echt. Alles echt. Alles echt. Ist das echt? Na, schaden. Wie lange dauert sowas, bis das... Ja, ich habe auch nicht gewusst, dass ich so rassig bin, aber es hat genau eine Woche gedauert. Ja, schau, wieder was Neues gelernt hier bei Dancing Stars. Marc, wie lange musst du warten, bis du so ein Bart hast? Oh, das dauert länger. Das dauert länger als eine Woche. Du musst die letzten Sendungen anschauen, da war ich immer glatt rasiert. Ja, ja, das weiß ich. Bei mir dauert das zwei Tage. Ja, also Mittwoch darf man mich nicht sehen. Wie hat es denn dir gefallen? Das war ein Scheif. Risiko, volles Risiko. Volles Risiko. Wirklich. Also, Gratulation, Alex. Ganz, ganz toll. Die ersten Beats von dem Song sind gelaufen. Da hat mir Maria ins Ohr gesagt, der hätte Schauspieler werden sollen. Dass du aber nicht nur schauspiel kannst, sondern auch viele, viele andere Dinge im Leben. Das hast du bewiesen. Don't Stop Me Now hast du in deinem Leben auch oftmals bewiesen. Mit diesem Song, das passt perfekt zu euch. Tänzerisch, um jetzt ein bisschen Kritik auch irgendwie zu sagen. Klar, gibt es auch noch andere Tanzpaare, die sind vielleicht noch euch einen Schritt voraus. Aber von der Performance und von dem Darstellerischen, von dem Mut vor allem, wirklich ganz große Klasse und ich fand's super. Wirklich toll. Danke vielmals, Marc. Danke sehr. Danke. Ich glaube, es braucht mehr als einen Scheif, um dich einzuschüchtern. Der Scheif hat's nicht geschafft. Du bist schon ein Rampensau langsam. So, wie du da reinplatzt und Woche zu Woche uns verschiedene Charaktere bringst. Wenn es nur intakt wäre. Wäre vielleicht ein Tick zu viel für uns oder weiß ich nicht. Ich finde es toll. Wir brauchen ja noch was für nächste Woche. Ja, ja, ein bisschen. Taktik, Taktik. Jetzt habe ich euch durchgeschaut. Das ist ein Taktik. Nein, ich finde es schön. Ich überlege es nicht lang. Okay, wir bringen es durch. Wir haben eine Idee. Wir stehen dahinter. Oft einmal bist du schneller als deine Beine. Und die Musik ist ein bisschen langsamer als ihr. Ihr müsst noch zusammenfinden, so tänzerisch, musikalisch. Aber die Geschichten sind toll. Und ja, du bist nicht zum Stoppen. Was soll ich noch sagen? I stop you now, weil jetzt ist die Maria dran. Danke, Wallace. Danke. Also ich finde es faszinierend, dass du, sobald du in einer Rolle bist, sobald du dein kleines Schauspiel hast, das ihr vorbereitet habt, gehst du sowas von ab auf der Fläche. Und ich finde es fällt dir auch viel leichter, wenn du eine Rolle einnimmst oder wenn du in eine Rolle schlüpfst, dass du dann Freiheit ausstrahlst und dass du auch den Körper loslässt und freier bist. Je mehr man die so in das Tanzkorsett einzwingt, umso verkrampfter wirst du und umso mehr finde, dass man sieht, wie du denkst, sobald du in einer Rolle bist, ich spiele jetzt diese Person oder ich verkörper jetzt diese Rolle, da gehst du voll auf. Tänzerisch, ja, ist es natürlich so, dass gerade beim Jive die Schritte zu groß waren, es war teilweise unrhythmisch und es ist einfach so, dass ich von dir den Tanz immer noch sauberer sehen will. Also ich will einfach den Basic-Tanz und die Basic-Technik, will ich noch sauberer sehen. Das heißt, das ist mir persönlich ganz wichtig, aber eins ist so und so ganz fix, ab jetzt wird jede Choreografie von euch beiden in dieser Pose zahm. Danke, Trälie. Sensationell, wirklich. Du bist sensationell. Der wahre Freddy ist da. Ja, ja, ja. Er ist bei uns. Dankeschön, Alex und Manu. Ja, auch Alexander Poindner und Manu Stöckler sehen wir heute ja nochmal auf diesem Parkett. Es gibt ja noch unseren Staffeldance, das erste Mal hier bei Dancing Stars. Aber sie müssen nicht auf den zweiten Tanz warten, um ihre Favoriten zu unterstützen. Falls Alex und Manu ihre Favoriten sind, ihre Lieblinge, dann bitte anrufen. Best friends for life. Über deine Beziehung zu Tony Inau haben wir schon viel gehört. Vielleicht noch kurz zwei original überlieferte Zitate. Du warst a pain in in our ass. Weil ihr wart zwar gute Freunde, aber es sind schon auch die Fetzen geflogen. Poindner, du gehst mir so auf die Eier, hat er mal ins Telefon gebrüllt. Ja, das stimmt. Mittlerweile alles gut, glaube ich. Ich will ja ganz auf was anderes raus. Was sagt denn Sie über die, wenn du nicht dabei bist, Manuela? Sag mal ganz ehrlich. Komm wieder her. Was ich über ihn sage, wenn er nicht dabei ist, dann müssen wir ihn kurz rausschicken. Ja, er hört kurz weg. Sag mal, es ist dir am Anfang schon ziemlich auf die Nerven gegangen, dass er halt so ein Trainergehen irgendwie nicht ablegen kann und er dir irgendwie mehr oder weniger sagen wollte, was man postigst zwischengegen hat. Es war ganz witzig, weil der Alex hat das natürlich versucht, ob das jetzt bewusst war oder einfach schon so unbewusst, das weiß ich nicht. Aber wir haben da schon unseren Weg gefunden. Aber es war ganz witzig, weil ich habe ja die Gelegenheit gehabt, auch ganz kurz mit dem Toni zu sprechen und wie der beschreiben hat müssen, wie der Alex früher gewesen ist, habe ich mir das angehoacht und habe dann einfach nur drauf gesagt, für heute Copy-Paste. Weil er hat schon gesagt, dass du ein bisschen, wie hat er gesagt, ein Minimalist gewesen bist und gerne ein bisschen gespart hast und ja, wir haben das hin und wieder, aber wir kriegen das schon hin. Er spare ich vor, du hast angeblich wenig Unterhosen. Er hat gesagt, dass ich mit der Minimal-Popularität zufrieden bin als Springer. Du sparst bei Unterhosen und ich gehört, du hast immer dieselbe Unterhosen angehabt, zumindest beim Wettkampf. Ja, das weiß die Ange noch ganz genau, da bin ich noch Ski gesprungen und da ist sie immer ganz narrisch geworden, weil ich so eine Wettkampf-Unterhosen gehabt habe, mit der ich halt einmal gut gesprungen bin und dann habe ich mir gedacht, es war die Unterhosen. Nachdem das dann einmal nicht so funktioniert hat, habe ich mir gedacht, was habe ich da für eine Socke angehabt, das waren so grüne Socken und dann habe ich immer die Unterhosen mit die grünen Socken angehabt. Und heutzutage bei Dancing Stars hast du verschiedene Unterhosen und verschiedene Socken, oder gibt sie noch? Also das habe ich abgelegt, weil ich gemerkt habe, das kann auch solche Dinge keinen unheimlich belasten, nämlich wenn die Unterhosen gerade in der Wäsche ist oder so. Und dann wäre es eher zu Belastung, wenn man solche Rituale hat, ja. Mit deinem ehemaligen Co-Trainer-Mentor bist du Friends for Life, werdet sie euch auch nach der Staffel noch sehen? Wird sie auch Friends for Life? Wird man das? Sie wohnen in Salzburg und ich habe ja einen Pilotenschein letztes Jahr machen dürfen und das war immer einer meiner Zielflughäfen und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft dort landen werden und dann werden wir sicher auf einen Kaffee gehen. Wir, ja, Zwischenlandung beim Schiri-Pult, hier sind die Punkte für euren Freestyle. Maria, bitte. Also von mir gibt's sechs Punkte. Sechs Punkte von Maria. Marc legt wie viele drauf? Gute Laune, super Unterhaltungswert. Sechs Punkte. Auch sechs Punkte. Und Bollasch-Ecker. Ihr seid irgendwie nie zu stoppen. Fünf Punkte. Super. Danke sehr. Danke. 17 Punkte. 17 Punkte für Paar 04. Alex und Manuela, wir sehen euch später bei der Staffel. Wir freuen uns. Bis später. Danke. Aplausos. Aplausos. Aplausos.